ich weiß nicht soll ich irgendein freak bauen machst du denn jemals was anderes wenn ich den so schwarz machen siehst du mich überhaupt nicht mehr im dunkeln das ist nicht mal wenn du weißt natürliche von afroamerikaner natürliche hautfarbe solche schwarzen leute gibt es gar nicht die kohle der typ rumpftiefe rumpf höhe wenn interessiert denn so eine scheiße jetzt war ernst da steht da unter und oberschenken oder durch bord steht da nicht mal komplett ausgeschrieben da steht nur oberschenken oberschenkel muskel ich könnte so ein muskel gepackten zwerg bauen ich habe die beinlänge maximiert der tut jetzt mit dem kopf aus dem rand von dem dingen da gucken das ist huge oh mein gott ich kann meine hände sehen ich will ja ich wissen wie ich aussehe jetzt gar nicht wissen wie ich aussehe ich sehe dich schon da nicht halten das mit mongo was geht obwohl ein kampfzweck erstellt ich bin ich also maximale größe gemacht oder was meine beine meine füße habe ich maximiert und meine hände ich gerne durch die sträucher und sammeln ein ich würde sagen von dinosaurien hätten wir uns erst mal so ein bisschen fern so nackt und ohne irgendwas ja jetzt müssen wir uns schon stein suchen damit man feuer stein kriegen oder so ne ja da ist ein großer dinosaurier ich mal übernicht man die auch ja da sind glaube ich stein in der richtung und der fackel war auch nicht schlecht damit von uns weil er nicht dunkel ja ich habe ein feuer stein dann jetzt habe ich drei feuer steine ich habe ihn ja nicht mal getroffen 8 9 11 flint ich habe mir teilbekommen wir lernen werkzeuge zu benutzen hier ist ein kleiner dino die greifen mich an das kann ich an daniel ab 1 geht weg man ich glaube der ist tot ich habe beute auf den auch kalt aber 25 level 2 ein bisschen fleisch raus warum muss man das aus denen raus prüfen ganz essen also metall flint flint wenn ich auch stein verdammt steine alter hat denn hast du gemacht was denn der stein ist bei der voll explodiert ich drehe mich nur auf einmal so feuer 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 stein 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 ich habe jetzt eine hose ja ich habe kopfband und schuhe jetzt wirst du nicht mehr von meinem gemächt abgelenkt mir ist viel wärmer mit meinen klamotten das siehst du siehst du raus siehst aus wenn ich das sieht voll creepy aus wenn du dich bewegst was ist hat für ein geräusch war der macht die dahinten sind anscheinend am kämpfen oder so bestimmt nur bedrohlich ja weiß das hier und jetzt hat mutter schiff irgendwie gar nichts warum ist irgendwas ja da schwebt irgendetwas keine ahnung was das ist da müssen wir warten müssen wir maschinengewehre haben ich glaube ich krieg eine bären vergiftung ja das ist ein abtor jeder bloß weg wie soll ich ihn jetzt verdorben ist mein fleisch verdorben ich will irgendwie einen sicheren ort suchen vielleicht wir sind hier auf einer dino infizierten insel wir sind die zwei oh gott da greift mich was an oh gott da hinten oh gott da hinten ins wasser daniel ins wasser oh gott wir kommen hier runter sicher oh gott oh gott oh gott wo bist du ich bin im wasser oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott Nein! Nein! Warum blutet mein Auge? Ah! Ich bin tot. Okay. Das hat ja schon mal gut angefangen. Warum bin ich denn so erschöpft, verdammt nochmal? Hört sich an, als hätte ich erstmal, ey. Oh Gott, das ist ein ganz großes Fehl. Will ich dann auf mich zuge- Aua! Ah! Ah! Ah, Hilfe! Aua! Oh Gott! Ah! Du erschreckt mich nicht so, du wegschfieh! Ey, wie schnell das Viech auf mich zugekommen ist, ey. Ich werde jetzt zu dir gezogen, Daniel. Na, kacke. Na, Fliege! Ah! Daniel wird von beiden Seiten belästigt. Ja, deshalb mache ich bei mir kein Fenster auf, auch wenn das nicht besonders clever ist, ey. Ach, wir haben doch kein Fleisch mehr, oder? Ich fresse gerade die ganze Zeit Bären, um mich bei Laune zu halten. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Oh Gott, Daniel, es wird dunkel. Ja, ich habe schon ein Lagerfeuer und so bereit. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuer, Lied. Vor dem ersten, der da singt, er in so einer Situation würde ich aufs Macher. Äh. Boah. Klack, 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 ja. Huuu, Dino. Ja, mir ist immer noch kalt. Ja, ich mache ja schon. Ich brauche noch Holz, dass ich da reinpacken kann. Wenn du holst, pack da rein. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Warum denn nicht? Gott. Äh, habe ich denn Holz? Ich habe schon mal ein bisschen Holz. Problem ist, irgendwann gehen wir uns hier die Bäume aus, dann müssen wir sowieso irgendwo anders hin. Ich habe das Holz da reingepackt. Ja, man kann das irgendwie anmachen. Ich habe Feuer gemacht. Ach so, ich bin voll. Ich kann mich nur langsam bewegen. Okay. Ich komme zu dir. Und Stoß. Ich suche mich schon wieder kalt, ey. Mann, ich stehe doch hier am Feuer. Der Prophet kommt. Warte. Mann, Daniel, warum läufst du so in Zeitlupe? Ja, war ich voll, wenn... Raff in meinen Sperre. Und Stoß. Und Stoß. Und Stoß. Wenn ich jetzt wüsste, was die Musik von Baywatch wäre, ne? Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Oh nein, meine Bären laufen gleich ab. Ich muss die alle essen. Ich mache mit, Brother. Oh mein Gott. Der Balken ist eine Weile abgelaufen. Er kann doch nicht schlecht werden. Mein ganzer Stein hier mit. Gibt es hier eigentlich auch Sachen, die heil machen? Oh Gott. Ich will die Fackel nicht wegpacken, aber wenn ich im Menü gehe, dann geht die automatisch weg. Und dann ist es stoppdunkel und dann habe ich Angst. Ich habe jetzt ein Hemd an. Ja. Ja, ja, wo bist du? Ich bin da, wo das Feuer ist. Wo bist du? Ich folge dir. Ich bin der mit dem Hemd. Geil. Ja, geil. Du hast wie so ein alter Fußballspieler, ey. Mit den kurzen Shorts, ey. Oh ja. Das klingt voll gestört, ey. Das war ein Dodo. Halt zum Maul. Ich habe einen Speer. Gröser. Gröser. Hier. Welches Level? Äh, 22. Mein Gott. Ich werde es töten für den Stamm. Okay. Er lässt sich nicht mehr jetzt ja gut. Er ist tot. Jawohl. Dann nehmen wir ihn aus. Damit wir auf Speisen können. Oh Gott. Ja, die haben hier Beeren geklaut. Dann war das ein Raptor oder irgendwie sowas. Ja, ja. Der ist aber abgehauen. Motherfucker. Der hat mir Beeren geklaut. Dann tut die schnell jetzt essen wie so ein verfetteter Frustbresser. Dann wird sich... Alter, wie viel frisst du denn da? Da ist ein Dodo. Dodo. Klack, 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 ja. Der brennt. Oh, der hat mir angezündet. Geil. Oh, sehr gut. Leder. Okay, drei Leder. Okay, gut, der hat Leder gebracht. Okay, weiter. Ich will einen Wasserschlauch. Ich will einen Wasserschlauch machen. Wir brauchen noch viel mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das sind fliegende Viecher. Die sind über uns. Oh Gott, geh weg. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich will nicht schlafen. Oh, der geht auf dich los. Fahrrad so aus. Weißt du, ein Fünfviech? Ah. Ihr verfolgen mich ganz kleine Dinos. Okay. Verpisst euch. Oh nein, haben einfach kaputt gemacht. Ich habe meinen Speer verloren. Scheiße. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ich habe Angst, oh Gott, ich kann mir nur eine herstellen. Gott sei Dank. Ich habe zwei kleine Dinos gekillt. Ja, ich auch. Ich bin jetzt hier gerade im Dunkeln. Ich sehe nichts. Das ist mal wieder zum Lagerfeuer, oder? Ja, ich hatte jetzt einen Dino, den ich nicht ausgenommen habe. Äh. Nein. Hat wollte ich. Äh. Nehmen wir mal aus. Ich meine, fucker weg, packe sehe ich nichts mehr. Den hier? Ja. Hast du auch schon eingekillt? Ja, zwei Stück. Ich habe auch zwei gekillt. Ja, mein Speer ist leider schon weg, er hat nicht viel lange gehalten. So lange haben wir noch nie überlebt, Daniel. Das stimmt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ja trotzdem keine Fortschritte machen. Da kommt mir aber wahrscheinlich nur auch scheiße, jetzt habe ich vergiftete Bären gefressen. Äh, nicht vergiftet, verbraucht, äh, ver, verdorbene. Deutsche Sprache. So, Daniel, ich kann jetzt einen Wasserschlauch herstellen. Der wird. Bestimmt auch nicht gesund, sich die ganze Zeit vom Bären zu ernähren. Echt, Daniel? Sind wir hier bei den Weight Watchers? Wie schwer isst du eigentliche? Alter! Ja, ich habe hier unten so eine Schnellleiste wie in Elderscrolls. Ja, ich auch. Da packe ich halt einfach hin und dann drück ich an für den Knopf. Ja, ist genau wie ich da. Also, du hast nicht irgendwas, was ich nicht habe. Aufs Maul, komm her! Oh Gott, der springt! Ich habe doch gar nichts gemacht, geh weg! Nein, ah! Der hat mir die Bärge geklaut, der Pisser. Der ist Level 10, pass auf, Daniel. Ich habe den nicht angegriffen, der hat mich auf einmal angegriffen. Mist, Vieh! Na, unconscious. Daniel, der ist nur bewusstlos. Du musst weiter drauf zuschlagen, damit der kaputt geht. Ja, will ich ja. Wo fällt der viel aus? Die können auch gezähmt werden. Sehr gut, Daniel. Ich glaube, deine Bären sind aber weg. Ja, ja. Ich brauche Holz, ey. Wo ist das scheiß Holz? Ich glaube, spanst du los. Roder�이 Musik. Untertitelung des ZDF, 2020